Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom kleinen Drechsler. Normalerweise mache ich meine Projekte ja immer mit vielen großen Maschinen. Da geht es los, dass man den Stamm mit der Winde auf den Hänger zieht, dann mit dem Bagger auf das Sägwerk klopft, dann da zersägt und so weiter. Aber heute will ich auch mal wieder zeigen, dass man eben auch coole Projekte mit weniger Sachen machen kann. Und zwar heute mit der Motorsäge und dann noch ein paar anderen Werkzeugen. Ich habe nämlich auf Instagram gesehen, dass jemand so ein Bänkle gemacht hat und die Füße da mit so einem großen Schwalbenschwanzzinken verbunden hat und den mit der Kettensäge gesägt. Und das fand ich eigentlich ganz cool und wollte es auch mal ausprobieren. Deswegen machen wir das heute mal. Damit es aber nicht ganz langweilig ist, mache ich das heute mit meiner neuen Husqvarna 550 Mark II, weil das ist ja jetzt das erste Projekt, wo ich die benutze. Ich habe die Säge auch schon vorher ein paar Wochen im Einsatz gehabt, aber jetzt noch nie was gefilmt. Also machen wir das heute mal. Ja, und hier aus dem Stamm will ich das Ganze machen. Also fange ich mal an, den hier einfach mit der Motorsäge in der Mitte durchzusägen. Ihr seht, der Stamm ist in der Mitte durch. Ist auch ziemlich gut geworden. Natürlich hier jetzt nicht perfekt. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen aus der Übung, weil ich habe das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Weil mit der Blockmansäge geht es eben doch ein bisschen schneller und einfacher. Aber wenn man das nicht hat, geht es so auch prima. Und hat jetzt auch nicht ewig gedauert. Also bis ich den heimgefahren hätte und da gesägt, hätte auf jeden Fall länger gedauert. Und so haben wir jetzt hier schon mal die Sitzfläche, beziehungsweise eins von beiden wird jetzt eben die Sitzfläche. Und das andere wird dann eben zu den Füßen gemacht. Und dann muss ich hier eben die Schwalbenschwanzzinken da rein sägen. Und das mache ich am besten einfach, glaube ich, indem ich es auf meinen Hänger lege, weil dann habe ich es auf einer schönen Arbeitshöhe. Und jetzt habe ich mir hier dann einfach mal so einen Schwalbenschwanz aufgezeichnet. Aber dadurch, dass das jetzt bloß ein ganz feines Gesäge ist, nehme ich da jetzt auch mal eine kleine Echo, damit die auch mal wieder was zum Sägen hat. Musik Musik Das erste ist jetzt mal gesägt. Hat soweit eigentlich primär funktioniert. Auf dieser Seite habe ich ein bisschen krumm gesägt. Insofern habe ich auch den Rest mit dem Stechbeitel gemacht. Aber mit dem Beil ist natürlich genauso gut gegangen. Habe ich auch noch probiert. Und dann mache ich, glaube ich, jetzt hier auch mal einen Fuß zum Probieren, weil nicht, dass ich es auf der anderen Seite gleich mache. Und dann merkt, ich muss das doch noch irgendwie klein oder anders machen. Weil ich habe so ein Bänke auch noch nie gemacht. Musik So, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen weiter machen. Durch tanken, Sprit ist leer. Und dazu nehme ich jetzt natürlich meinen Sägenspezi Schnelltankkanister. Und was eben gut ist, hier die Schnelltanker sind relativ klein. Weil hier die Echo hat ja wirkliche Mini-Tankstutzen. Also ich glaube, auch viel kleinere gibt es gar nicht mehr. Und die meisten von den Kanistern, beziehungsweise von den Schnelltankern passen da eben nicht. Aber der passt gerade noch so rein. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt geht es an dem Bänkli weiter, aber wie ihr seht beim Motocross am Grillwurststand hat es ein bisschen länger gedauert, weil jetzt hat es nicht auf den Bäumen gar nicht mehr so arg viele Blätter und alles ist schon recht herbstlich. Aber jetzt will ich unbedingt vor dem Winter noch das Bänkli fertig kriegen. Zumal es ja eigentlich auch schon dreiviertel fertig ist, bloß noch das letzte Bein fehlt. Also los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Ich habe jetzt noch einiges mit der Axt geschnitzt und mit dem Stechbeitel, aber jetzt passt es auch soweit eigentlich ganz gut und ich müsste es jetzt vollends reinklopfen können. Jetzt ist man vollends drin und gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und hier das ist jetzt auch extrem genau geworden. Also hier an den Seiten sehe ich überhaupt gar keinen Spalt, was mich echt wundert, weil ich ja alles bloß freihand mit der Axt gemacht habe, aber habe mir eben meine Zeit genommen, habe oft zwischendurch probiert und von oben sieht es jetzt richtig, richtig gut aus. Und ist natürlich auch saumäßig stabil, weil ihr habt ja gesehen, wie arg ich das reinklopfen musste und insofern braucht er jetzt auch keine Schraube oder so, sondern das hebt so. Dann müssen wir jetzt bloß noch hier den Fuß absägen, den anderen Fuß wieder draufstecken und dann ist das Bänkel eigentlich auch schon fertig. Musik Jetzt ist das Bänkel auch schon fertig. Auf der einen Seite, wo ich es jetzt als erstes gesägt hatte, ist jetzt doch nicht mehr so gut zusammengegangen, weil es sich eben doch schon in der Zeit ein bisschen verzogen hatte und so. Und so mussten wir da jetzt noch nachschlitzen und ist jetzt auch nicht ganz perfekt, aber für ein Bänkel auf jeden Fall gut. Und natürlich das Ganze ist auch super stabil, dass es ja so fest da reingeklopft ist. Das bewegt sich nirgends wo wir hin. Dann stellen wir es mal irgendwo in Sonne hin, weil hier will natürlich keiner sitzen. Musik Jetzt steht das Bänkel ja mal da, wo es mal vorerst war. stehen bleiben soll. Ich bin eigentlich auch damit ziemlich zufrieden, wie es hier rausgekommen ist. Gerade mit der Seite, wo ich heute gemacht habe, bin ich echt top zufrieden, weil das echt richtig genau und präzise geworden ist. Eventuell muss ich mal schauen, ob ich das einfach nochmal abhobel, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Aber da fehlt mir jetzt heute die Zeit, weil die Sonne ist schon wieder recht tief und ich muss noch meinen Apfelkuchen probieren, ob der auch was geworden ist. Insofern bleibt es jetzt für heute mal so. Und ich muss schon sagen, war eigentlich echt mal eine richtig interessante oder witzige Sache. Mal hier die Zappen- oder beziehungsweise Schwalbenschwanzverbindung mit der Motorsäge und dem Beilschnitzen. Das ist ja schon irgendwie was Besonderes. Normalerweise Schwalbenschwanz-Ding macht man ja eher in klein, dann schön mit der Säge und so. Aber mal so in groß ist auf jeden Fall mal was anderes. Und ihr habt gesehen, man kann auch mit relativ einfachen Mitteln irgendwie coole Projekte machen, die wohl richtig Spaß machen. Weil mit einer Motorsäge und einem richtig schönen, scharfen Beil, kriegt man eigentlich auch schon einiges gemacht. Und hier an sowas kann man sich dann doch auch ein bisschen ausprobieren und schauen, kriegt man so eine Zappenverbindung bzw. Schwalbenschwanzverbindung hin, wie genau wird das. Und macht eigentlich auf jeden Fall richtig Spaß. Also kann ich nur empfehlen. Also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn es der eine oder andere von euch mal nachmacht. Und schreibt mir auch vielleicht mal in die Kommentare, was ihr von dem Bänklein haltet oder ob ihr sowas in der Art schon mal gemacht habt. Oder bzw. wie ihr bisher eure Bänklein verzapft bzw. die Füße befestigt habt. Weil da gibt es ja auch ganz verschiedene Möglichkeiten. Also dann, bis zum nächsten Video. Tschüss!